Bilder tauschen, datensichern. Das alles funktioniert auch bei Smartphones und Co. jetzt ganz leicht mit den Hama Flashpans. Damit ziehen Sie zum Beispiel unkompliziert Musik von einem Smartphone auf ein anderes. Ohne das lästige Tauschen von Speicherkarten gelangt neue Musik so unkompliziert aufs zweite Handy. Der Datentransfer von einem Mobilgerät zum anderen geht blitzschnell und ohne Umweg über den PC. Mit nur wenigen Handgriffen haben Sie Zugriff auf Bilder, Musik und Co. Dank Mikro-USB-Anschluss lassen sich die Sticks problemlos an OTG-fähige Endgeräte anschließen. Zusätzlich verfügt der Stick über einen regulären USB-Anschluss. So können Sie ihn auch ganz normal am PC nutzen. Die Flashpans lassen sich beliebig oft löschen und wiederbeschreiben. Die neue Freiheit für Ihre Mobilgeräte. Die Flashpans von Hama machen mobilen Datentransfer zum Kinderspiel.